Hast du die gesehen? Wenn es eine Traumfrau gibt, dann sie. Also heute Abend Sex, oder was? Ich hab's vergeigt. Was? Du hast es vergeigt? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß. Okay, du bist ja jetzt hier eine Rutserie. Meinst du? Felix. Frau. Na da. Felix. Los. Okay. Verdammt. Hey, sorry, dass ich störe. Du störe. Du störe. Soll ich gerade mal Fähigste erhalten? Was macht der da? Ich will dich stören. Wieso? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. 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 Doufred